hallöchen ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu it takes two mit robin da sind wir wieder und wir sind in irgendeiner komischen welt gefangen ja wie ich das sehe ich muss sagen ja ich muss auch sagen wir haben garantiert schon einige mini games verpasst oder so wenn ich das sehe wo bin ich denn jetzt ja leider naja gut ja ja ich bin hier weiter wenn ich denke wir müssen da weiter oh mein gott ja das dreht sich wie kommst du da so nicht durch ich weiß es nicht durch du bist durch ich bin auch durch ok ja das ist irgendwie ziemlich ziemlich krampfig da kommt da kriegt man ja augenkrebs von war aber ehrlich wie soll man jetzt rüberkommen hier so nicht warte mal kann man nicht hier kann man bestimmt hoch rennen oder ne noch nicht ne das reicht nicht vom vom sprung aus das ist hier an der seite kommt man nicht lang vielleicht muss mit ihnen ändern sich ja vielleicht muss man die alle ach so dass es bleibt nicht immer wieder weg ja immer der wo man drauf oder geht oder warte mal wir müssen bestimmt hier einen weg nach drüben ziehen guck mal stell dich mal da da drüben bin ja dass der das verbunden ist ja immer zu mir das gleiche müssen wir jetzt bestimmt hier oben machen oder mal ich stelle mich hierhin ja du stellst dich dazwischen 1 noch weiter rüber andere seite andere seite andere seite nach links jetzt sagen sie ja da ja dazwischen das ist alles spiegelverkehrt jetzt oder warte hier ja das müssen wir verwenden das ist ja eine komische welt hier ja aber ich denke mal es werden bestimmt noch richtig schöne welten kommen ich glaube auch locker wenn ihr spiel kennt meine güte wird man ja okay dort unten ist was und dort oben ist was okay das kann ich drehen ja jetzt kann ich hoch war okay das muss ich bestimmt irgendwie hoch kommen oder so guck mal hier ich verschiebe das toll hier aber warte mal warte mal warte mal drehen mal ja das geht sehr schön ich kann gleich hier eigentlich nach oben weil du kommst jetzt nicht da hoch war ich muss das blaue noch mal verschieben denke ich mal ja ich glaube schon das gelbe dort hinten ach so warte mal weiter geht nicht mal gucken ob ich andersrum schieben kann dass du von da drauf kommst ach ne das ist ja weiter unten oder ja ja da komme ich hin ich kann ja oben ist bestimmt auch verschieben du kannst ins blaue verschieben ach so muss man noch mal runter kommen warte obwohl ich bin ja eigentlich hier oben das kann ich jetzt verschieben das blaue aber du musst ja irgendwie auf das pink form bekommen naja ja dann musst du das pink form eine nummer ne warte mal ich schick das blaue da hin genau ja ah nein nein Entschuldigung 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 fast warte so war es gar nicht das gelbe genau warte mal jetzt muss ich mal schauen hier kann ich nicht weiter doch warte bleibt man so bleibt man so okay gut ich bin drüben jetzt musste das ähm warte mal da passiert nicht so viel doch ich muss ja jetzt nach oben kommen ja weiter 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 ah hier ja okay gut ja na komm lass los ich mich dir hoch sehr schön okay nice ja jetzt nur nicht runterfallen hm das wäre mies so jetzt müssen wir beide wieder schieben wahrscheinlich ähm ein Bildschirm geht kaputt haha man auch nein wir werden angesaugt ja schon wieder na gott sei dank wir sind wieder draußen ja ja Es ist wunderschön, es schmeckt nicht. Oh, schau! Da ist sie, der Elefant! Wie können wir sie zurückkommen? Das ist einfach. Wir müssen nur auf den Magischen Kasteln, die ich gebaut habe. Du hast einen Magischen Kasteln gebaut? Ja, ja, du bist nicht der einzige in der Familie, der kann coolen Sachen bauen. Oh, wirklich? Ja, wirklich. Und, uh, das Ding da oben, das wird uns direkt da. Du bist sicher? Ja, ich bin sicher. Oh, gut. Uh, jetzt sind wir am Schloss. So, jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen umschauen hier. Vielleicht gibt's ja noch das ein oder andere zu entdecken hier. Nicht, dass wir vielleicht wieder ein Minispielchen übersehen. Ja, gar nicht cool. Haben wir schon welche übersehen? Ähm. Was mache ich denn jetzt hier? Ein Männchen. Ja, fliegen Flugzeuge. Was kann ich denn jetzt machen? Ah, guck mal, man kann die Männchen hier draufsetzen. Ah, okay, das ist nur zum Zoom. Ah, das ist nur ein Fern... Ah, ich hab so ein Männchen gefunden. Ah, nice. Ah, ich hab hier auf den Mittag. Ah, das ist schwarz. Ach, das ist jetzt nicht, wie es für das ist. Nein, das war so. Ne, das war schwarz. Ah, das war doch schön. okay also hier muss auch noch jemand drauf hier muss bestimmt so ein sieht aus wie so ein britischer ja so ein britischer ja ja bei der queen steht irgend so was ja hier oben ist auch glaube ich damit irgendwas angucken ich könnte mein gott wie komme ich jetzt darüber ich habe ihn gefunden ja genau da ich wollte da drüben zu die matroschkas da bin ich nicht hier rüber gekommen habe ich nämlich auch gesehen so da müsst ihr eigentlich das tor aufgehen gucken wo müssen wir denn hin jetzt eigentlich mit dem ding jetzt fahren kann man mit hier drauf wir fahren erst mal über das weißen ja einmal musst du drücken und einmal muss ich drücken bestimmt oder wenn das eingeblendet er muss aber ganz verlippseln drücken oh mein gott und drache ja warum nicht und dinosaurier soll der uns wirklich jetzt wirklich aus bisschen wie super mario ja also hier muss definitiv ein dinosaurier drauf glaube ich wie kann ich das ding nehmen das ist da bestimmt drauf denke ich mal oder dann dreht sich das cool muss aber noch mal drehen weil sonst kann ich das ding nicht weg machen dann kann ich auch nicht hier drüben war ja da haben das so da muss das erst weg machen aber ja so jetzt drehe ich jetzt komme ich unten durch naja das war überhaupt nicht mit acht das müsste das ja auch dass du gleich stirbst das machst du übernehmen da wurde meist muss ich auch noch mal ach nee das geht ja nicht und dann kommt es nicht an die andere seite ran nenne du kannst ja so als rüber naja dann kommt es anders als ne ach so nicht oder doch oder mal hier muss ich drehen naja genau das kannst du mich bestimmt auch so passt aber ohne mich hier oben nicht weil da müsste vielleicht unten drehen würde das bestimmt oben drehen hier unten genau ok tetris tetris für anfänger oder so jetzt muss mich bestimmt runterfahren damit sich das drehen können das war richtig rum ja genau den eventen die warte warte machen wir noch mal ich glaube ich muss das jetzt festhalten genau ja das könnte sein toll hat sich das wieder was dreht sich jetzt passt es doch es muss mich hochfahren du kommst jetzt nicht mehr hoch doch du musst das erstmal los jetzt holst du mich hoch der kaffee ist weg ach so ich kann ich nicht mehr holen ach so so warte mal jetzt halt mal den griff hier fest ja so jetzt drehen sich nämlich bei da und jetzt kannst du mich stemmen hochschieben ja sehr gut die das ist ja cool ja es war hallo okay und nein und nein was ist jetzt mein dino weg na großartig was kannst du jetzt damit machen ach so zieh mal hoch hoch stopp so und dann musst du jetzt nicht bei dir oh 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 entschuldigung ich dachte es bleibt so die anderen sind immer so geblieben ok warte und dann musst du das dort unten ganz schnell hochdrehen denke ich mal so jetzt unten das ah ja hochschieben oder rüber ja warte warte so und jetzt nach rechts ne nach links ist es von dir aus andere seite weiter 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 ah ok sehr schön so das genau passiert hier so viel die andere seite du musst ja glaube ich einfach runter springen ja ok da hoch nämlich dran springen nur runter springen ja ich habe gedacht da oben gibt es lange stachel sein können okay das muss ein bisschen schneller gehen warte geh mal so jetzt hoch 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 sehr schön super ja oh jetzt kann ich oh das hat er was auf den kopf gekriegt ja fl und Minzbonbon, ok. Cody, warum habe ich keinen Schmuck? Oh, ich habe nichts zu schmerzen. Deine Nase war immer sensitiv. Oh, ja? Ich sehe Feuer. Oh, oh. Oh, oh. Oh, nein. Er hört aus Minecraft. Ja. Aber irgendwie haben wir gar keine Musik, oder? Täuscht das? Oh, oh. Äh, ob hier ist? Ja, irgendwie ist keine Musik. Aber kann sein, dass hier auch keine ist. Ich weiß es nicht. Oh, mein Gott. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach, auf dem Boot! Ah, jetzt ist wieder Musik, okay. Ja? Ein schöner, ein Hamsterrad. Ja, genau. Ok, mit dem Hamsterrad, also mit dem Rad, können wir uns bewegen und mit den Kanonen Ja, du möchtest den da oben? Ja, das ist nur ein... Das ist nur ein schlusses Spiel. Ja, genau. Ist das nicht gut eigentlich? Ja. Also irgendwie kann ich es steuern. Ja. Okay, ich kann es auch steuern. Aber wir müssen... So, ich würde sagen, den Turm erstmal platt machen da. So. Da können wir eigentlich auch aussteigen. Ne, ich denke auch nicht mehr. Das sind die Sachen auch. Die sind alle weg. Wie haben sie diese Sachen noch operiert? Ja. Oh. Oh, nein, die haben es gebrochen. Big Bull, die kommen! Oh, pass auf, Bonn. Oh, wir müssen weg. Oh. Jaja. Oh, Jaja. Jaja. Wenn wir würde gerne mal hier am besten. Eine andere Knieball. Ja, genau. Dann sind die mit ihren Termin weg. Und nach dem können wir ja eigentlich einfach vorbeifahren, ne? Ja, genau, lassen wir den. Jetzt muss man einen bestimmten Bosskampf machen. Vielleicht. Ja, bestimmt gegen die Riesenkrake, die kommt sicher nicht. Okay, das ist... Hey Leute, wir müssen das nicht tun, wir kommen in Peace. Hey, ich mag die Kanäle. Okay, wir sind immer zuerst. Also, oder? Warten wir vielleicht mal, bis hier ist bei diesem Sprengding. Boah, Mist, Mist. Mist, Mist. Drum, 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 ja. Na toll. Ah. Wir sind gesunken. Okay, wir müssen schauen. Ich weiß gar nicht, ob einer alleine das steuern kann, das Boot. Ich weiß es gar nicht, also ich steuere jetzt mal nicht. Boom, you're out of here. Nach links lenken alleine? Ich kann noch... Nee, nach links kann ich nicht lenken. Hm, wow. Schau, wo wir gehen! Bringt uns weg! Sehr schön, eins haben wir noch, glaube ich, oder? Nee, wir können weiter. Okay. Ja, das war ziemlich gut. Ähm. Wah. Äh. Wir lassen das lieber, oder? Ja. Ja. Woh, Pinguine. Jetzt kommen wir in den Eisgebieten. Sehr cool. jetzt wird es wild nach links oder nach rechts rechts oder rechts gut ja gut ich glaube wäre nicht wahr wir müssen drauf schießen oder nicht irgendwie können wir nichts machen ja doch der verliert aber ich einmal getroffen und weg ist und da so jetzt in groß ja es ist nicht wunderschön im realen leben es ist super süß und süß! hey, Mr. Octopus, nicht zu hören, du bist super süß! und du hast so schönes, äh... Arms, funktioniert das? Bitte, lass uns gehen! Schau, die Art der Flattern. Stopp' zu sprechen, Cody. Und start' zu schießen! Wir sind in Ordnung! Es ist ein Whirlpool! Wir schießen unseren Weg raus! Ja, wir müssen den Tag abschießen. Jawoll. Okay, das wird dann nach links. Nach links. Oh ja, links links links. Nach rechts. Weiter nach rechts. Nach links. Okay, erste Phase scheinbar. Wo geht's denn jetzt hin? Oh! Was macht dann jetzt? Oh Gott! Ähm, die Lamide Enden. Weiter nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ja. Nach rechts, nach rechts. Und noch weiter nach rechts. Oh Gott, wie viel kommen denn hier noch von den Viechern? Boah. Ah, jetzt müssen wir da... So, erstmal die Kraft. Oh! 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 Oh, da ist was! Oh, da ist was! Ja, jetzt muss man am besten. Ja, da du es nochmal wüsst! Ja. Aber es hat glaube ich keinen Schaden gemacht. jetzt kommt schon kommst du den machen als blatt ist vielleicht lassen wir den einfach mit seinen bomben da schießen und wenn der wieder rauskommt fahr mal vor und machen den er ja blatt vielleicht so nach vorne nach vorne nach vorne das machen wir tja hier octopus das war's dann cool okay ich würde sagen bevor wir hier weiter paddeln beenden wir die folge und machen der nächsten folge weiter oder ja okay gut dann verabschieden wir uns von euch und wir sehen uns in der nächsten folge macht's gut tschüssi genau tschüssi